Dann legen wir mal los und gehen auf die Mission. Hm, der Kater hin. Der eine liegt da und der andere ist weg. Uh, uh. Ach du Scheiße, wie groß ist denn das Areal? Miese Boilerei. Okay. Online Dating. Hm, hm. Na komm ihr zwei. Kommt. Hm, hm, hm. So, und was seid ihr für welche? Hey, liebst du seltene Gegenstände? Ich kann sie nicht ausstehen. Ist es nicht komisch, wenn Leute wegen solchen Sachen total ausflippen und ich sag das nicht, weil ich selbst keine habe. Lappen. Die Haare cool. Ach du Scheiße. Oh, Gott. Ach du Scheiße. und Präsen. Boah, ich glaube, es gibt echt viel zu tun, aber ich glaube, jetzt sollten wir doch erstmal zu Korea gehen. Ich glaube, ich notiere die gleich mal in der Karte. Ah, Schnellreist kann man dann auch. Ich glaube, das Spiel ist deutlich größer, als ich erwartet habe. Ist mir egal gegen wen ich kämpfen soll. Ich will nur töten. Trottel. Ich bin am verhungern. Weißt du, wo man gutes Essen bekommt? Achso, du bist wohl neu. Dann hast du sicher keine Ahnung. Leck mich. Brauchst du was? Was? Hast du schon jemanden getroffen, der weiß, was er hier machen soll? Sag mir Bescheid, falls du jemanden findest. Bist du hier auch neu? Lass uns unser Bestes geben. Jawohl. Ich habe auch nicht drüber gelesen. Ich habe auch nicht drüber gelesen. Deine, dass es nicht mehr gebraucht ist. Ich habe nicht mehr gebraucht, wenn man hier mal versucht, Für den Questfortschritt relevante Orte in der Spielwelt sind separat markiert, damit du weißt, wohin du gehen und mit wem du reden musst. Du kannst auch filtern, welche Questmarkierungen angezeigt werden, indem du unter Quest im Hauptmenü einstürzt, dass Quests mit hoher Priorität angezeigt werden. Um die Markierung zu sehen, öffne im Hauptmenü die Karte und sieh dich in den SPC Glocken und den Orten auf der Zivilortliste um. Wo läufst du jetzt weg, was ich nicht versteh'n. Ich bin jetzt hier, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Glocken gibt es so viele Dinge, weil ich mich nicht verstehe. Hey! Du hast dich, was du mit dem Aphasis? Du hast es gut gekauft. Du hast es relativ hoch. Ich bin Type-X. Du hast du Geld für die Master. Ich habe das erste Mal gesehen, aber ich habe das erste Mal gesehen. Ich habe das wirklich gesehen. Super, ich kann es auch noch mal sehen. Type-X ist wirklich so cool. Es ist ein sehr hochwertiges AI. Aber wie ist das? Das stimmt. Ich bin sehr nett und sehr nett. Das ist wirklich so cool. Wie ist das denn? Ich habe es sicher, dass ich 10,000,000 verletze. Ich glaube, das ist der Aphasis-Type-X, aber ich habe einen Blokker-Aitem für einen Blokker-Type-X, und ich habe einen 30-Megang-Kredit für 30-Megang-Kredit, aber wie ist das? 30-Megang-Kredit? Wenn ich 20-Megang-Kredit habe, dann 30-Megang! Okay, ich bin der Master! Ich bin der Master! Ja, das stimmt, Master! Hmmmm, hehehehe. Hmmmm, nice. Das ist natürlich der Grund, Master! Das ist schlecht. Wenn ich mich interessiere, dann bitte um das zu sagen. Okay, warum läuft die immer weg von mir? Ich bin der Mann. Mann. Hier ist der Schöpf-Terminal. Die Spiele ist richtig, ganz schön. Die Spiele braucht man, ja? Na, wir gehen mal. Das war's für mich. Das war so, wie war es? Ich bin ein guter Mensch. Ich danke Ihnen, Herr Herr. Ich bin einig. Und was ich? Ich werde nicht mehr so sagen. Ich werde nicht mehr so sagen. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin perfekt. Herr Herr, der 2. Herr Herr? Ich werde nicht mehr so sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Zeit für mich. Er hat sich vorher auch als Newbie-Kamon gemacht. Er hat sich gegen die Spieler gewonnen. Es ist alles gut, dass man sich mit den Datenmöglichen und mit den Datenmöglichen zu spielen. Aber, wenn er sich nicht mehr so gut an, dass ich mich nicht mehr so gut anlemmen Grund für mich, dass ich mich nicht mehr so gut anlemmen Grunde genommen habe. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so gut anlemmen Grunde genommen habe. Vielen Dank. Ich bin ein Kind, aber ich bin ein Zwei-Zuhr. Ich bin ein Zwei-Zuhr. Das ist das Wichtigste. Jungs ist kein Zwei-Zuhr. Oh! Das ist gut. Das ist total egal. Ich bin doch sicher auf die Runde so schlecht. Das Spiel ist auch die Erfolge-Ensbreite. Aber die Schleuchern ist nicht möglich. Aber die Schleuchern der Schleuchern, die die Schleuchern zu verraten sind, ist das schlecht. Ich habe einen Schleuch-Ensbreiter. Das war's für heute. So, hey du, hast dich in letzter Zeit aber oft angemeldet, als erfahrene Spieler sehe ich gerne. Du bist hier neu, oder? Das erkennt man auf den ersten Blick. Meine Mami ist hübscher als alle anderen, sogar noch hübscher als ich. Na dann geh zu deiner Mami. Weißt du, ich habe in dem Spiel angefangen um stärker zu werden, aber ein Schwächling in der echten Welt ist auch hier noch einer. Ich frage mich, bin ich ein größerer Falkling als die meisten Leute? Nun zumindest bin ich ein größerer Falkling als du. Macht es nicht Spaß einfach nur rumzustehen und zu quatschen ohne zu kämpfen? Falkling ist doch nicht schlimm, wenn man so spielen will. Headjet laden. Waffen laden. Waffen laden. Kommen wir noch was das ge-t. Wuuuh er ist Hilfe-kit. Anfa, Kreckgranate. Kographgranate, Kranate. Kann ich auch noch zu. Ja, also wie du schon gesagt hast. Koppeln. Anfa, Koppeln. Koppeln. Gammeln. alter wie teuer wird denn das zeugs aber im erste hilfe kit in gto stehen gattish für nutzbare gegenstände wie granaten und erste hilfe kits sie können in läden gekauft werden auch um sie auszurüsten musst du die werte voraussetzungen erfüllen gadgets im kampf zu nutzen musst du sie anwählen indem du mit kurz nach unten zwischen ihnen den skills wechselst du kannst gadgets nutzen in dem du er das ziehen los so guck mal was gibt es denn älter sind die teile ja gut wirklich leisten kann ich mir eh nix aber ich habe hier ein schwert gesehen ich will ein schwert haben wiii wand wiii wiii So viel leisten kann ich mir ja nicht. Wie denn? Ah. Ja. Ich bin sehr lange. Aber es ist kein Zeitpunkt, dass ich mich noch nicht erwähnt habe. Ich habe mich noch nicht erwähnt. Danke. Aber ich kann auch nicht machen. Ich glaube, es wird nicht anders. Ja. Aber ich bin ein Problem, dass ich mich für mich zu kundigen. Daher kommt es sehr viel zu beurteilen. Das war das Kunde. Das ist eine Sache. Aber ich habe etwas zu dir, was ich zu dir etwas zu erzählen. Wie hast du auf NPS-Aphasis-Aphasis-Aphasis-Apasus-Apasus? Ich musste mich vor demόσamen, Aphasis-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus-Apasus. Ich bin mir im Hintergrund von Kirito und Kirito. Ich bin schon an der Aphasis zu verschenken. Ich bin sicher, Aphasis ist ein Räuer-Aitem, aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, was du? Oder ist es, dass du, wenn du Master-Abiere warst? Ich habe nur in dieser Karate, dass du, dass du, wenn du, was du? Was ist das? Ich bin nicht so ein bisschen zu sagen, aber... Wenn du es so gut, kannst du dir deine Grund? Ich bin so ein Problem. Ich bin so ein Problem, dass du dich vorst. Ich bin so ein Problem. Dann habe ich mich auch daran gefreut. Ich bin so ein Problem. Er hat mich auf den Ort gebeten, was ich? Und dann? Was hast du mir gesagt? Das war's für mich. Dann, ich werde dich entschuldigen. Komische Kauz. So, wo ist sie jetzt schon wieder hin? Da hinten. Das ist echt mehr Gerede als Gameplay, das Spiel. Es gibt auch viele Schöpfe und Informationen, aber ich glaube, es ist sehr viel Spaß. Ich habe nur eine Stunde, aber ich habe schon viel zu gehen. Wie machen wir das? Kannst du auch mal ein Bier machen? Master, ich habe eine E-Mail. Von Kirito. Von Kirito, Titel gewinnst du dich langsam an GGO? So, und schon in GGO eingewöhnt, ich schicke dir meine Wohnanschrift. Komm einfach mal vorbei, wenn du Zeit hast. Korea und dein Arthasys sind hiermit natürlich auch eingeladen. Asuna und die anderen bitten mich dauernd dich einzuladen. Wir würden dich wirklich gerne mal bei uns sehen. Ich würde eigentlich mal gerne in den Dungeon oder sowas gehen. Pull me München wir das an. Wir würden mich wieder decisionen auf. Also. Schöster. U vazger. Come Musik jetzt. holds das. Urzbsäume eines der gesamabethen, Voigt eine Erdenssentrevelüran ich glaube ich muss da wirklich erst mal rein also mit der action ist es erst mal nicht so viel nee Ja, sie wollen immer nur dein Geld. Wieso bezweifle ich das? Ich glaube, dass wir gut miteinander auskommen werden. Was sind die Lager? Vielleicht ist es die Lager? Ja, sie haben das VR-MMO in Alvheim Online. Daher wird Player ausgewählt und zu zweitlos auf der Lager. Natürlich hat man auch hier dieses jüngste Wien auf der Welt. Ich kann die Schreiber nicht verstehen. Ich weiß, dass ich die Spanien und die Schmarrung sind. Ich weiß, dass ich die Schreiber und die Schreiber nicht so richtig kreise habe. Ich bin ein Schreiber. Ich bin Pina, das ist mein Lieblingspann. Pina, die sind schon wieder neu. Ich bin schon sehr gut, dass ich die Schreiber nicht erneut bin. Ich bin ein Kind, aber ich bin ein Kind. Oh nein, das fängt ja schon wieder an. Eieieieiei. Hmm. Ich glaube, es ist wirklich sehr gefährlich, was ich? Ich glaube, dass Pina viel zu viel zu essen ist. Pina! Ich habe mich schon überrascht. Das Ding sieht aus wie ein kleiner Drache und es macht tschiep tschiep. Das Ding sieht aus wie ein kleiner Drache. 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 Er ist in der Tat! Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, ob ich hier bin. Ich weiß nicht, ob ich es hier bin. Wie heißt der Skordron? Ich weiß nicht, dass ich den Skordron nicht verwendet habe. Wenn ich mich nicht umgehebte, muss ich mich nachdenken. Aber ich weiß nicht, dass ich alle lange Zeit fühle. Ich weiß nicht, ob ich die Skordron nicht mehr benötige. Ich weiß nicht, ob ich es, ob ich es nicht. Ich habe noch nie einen neuen Spiel, aber ich habe auch noch einen Faktor von Gehen und魔u-Games. Ich habe auch einen Gangeh-Games, so ich habe mich interessiert. Ich habe mich immer wieder mit dem Gehen und Gehen. Aber ich habe auch noch einen Gehen, aber ich habe auch einen Gehen. Ich habe einen Gehen, aber ich habe einen Gehen. Ja, ja. Ich habe noch keinen Gehen gesagt, Kirito. Ich würde vor allem gerne mal Action haben. Nein! Irgendwas habe ich jetzt übersprungen. Egal. Ja, ich habe keine Kraft-Skills. Oh, ich würde gerne mal spielen. Ich habe ein paar Spiele gemacht. Kirito-kun, ich habe keine Spiele gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es nur einen Ort. jetzt krieg ich noch eine stadtführung ich will action 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 hat ich weiß die ab 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Online-Koop-Quests Du kannst Online-Koop-Quests annehmen, indem du mit dem Rezeptionisten-NPC im Büro des Gewinnern sprichst. Bis zu 4 Spieler können in diesen Quests gemeinsam mit ihren A4Sys-Einheiten, also insgesamt 8 Charaktere, gegen starke Gegner angehen. A4Sys-Einheiten können vor Beginn der Online-Koop-Quests im Menü Optionen ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn weniger als 4 menschliche Spiele dabei sind, können alle 7 Plätze auch von NPCs belegt werden. Online-PvP-Quests Einen PvP-Quest kannst du annehmen, indem du im Büro des Gouverneurs mit dem Rezeptionisten-NPC sprichst. Diesen Quests können 2 Teams mit je 4 Spielen gegeneinander wetteifern und sehen, wer den größten Schaden bei einem Boss verursacht, wenn dein PvP-Antritt steigt oder sinkt deinen Rang abhängig von deinen Siegen und Niederlagen. Kämpfe hart und zeige, wer der beste Spieler in GGO ist. Beutesystem und Beute-Rangliste Wenn du in der Spielwelt Gegner besiegst und Gegenstände sammelst, erhältst du bei der Rückkehr auf die SPC-Glocken-Beute. Nach einer bestimmten Menge Erfahrungspunkte steigst du außerdem im Level auf. Dein Einkommen durch Beute gehört zu deinem Rang. Du kannst es jederzeit überprüfen, indem du mit dem A4Sys im Büro des Gouverneurs sprichst. Möge das Glück dir auf deinem Weg an die Spitze Holz sein. Vor Annahme von Einladung speichern. Dein sofortiger Fortschritt wird nicht automatisch gespeichert, wenn du deine Einladung annimmst. Stattdessen wird dein Fortschritt zu deinem Letzt gespeichert und im Spielstand zurückgesetzt. Ja, und ich glaube an dieser Stelle beenden wir diese spannende Folge. Und ich hoffe, ihr seht uns bei den nächsten. Und ich hoffe, es kommt jetzt mal langsam ein bisschen Action.